ja moin sind heute der verbrecher mit dem medium pc meldet sich zurück zu einer neuen folge beziehungsweise zur ersten folge uno natürlich bin ich nicht der verbrecher mit dem medium pc ich habe nur ein medium pc und das ist ein spruch von meinen freunden wie sie mich nennen ich bin wiener let's play und willkommen zu einer neuen folge uno wir spielen mit dem tanz bei 2000 im namen manu ja gut wir spielen drei runden in einem spaßraum geht es los ich bin mit zwei kopilo also roboter nennt man das hier ich gebe ihm mal ein paar eier so gibst du dem eine tomate wenn du mich weg mit dir ich möchte ich nicht sehen da gibt es zwei tomaten in eure hässlichen gesicht rasieren sie wichtig ist nur dass es drei runden sind drei runden und wer dann am meisten gewonnen hat gewinnt flutzi und flutzi und flutzi und flutzi die namen geil dass du gewechselt hast man warum wechselt er jetzt zurück so ein mist ich werde mich mehr über rot gefreut das ist gut ich hätte angekommen nein er hat danke für die information ja ich habe drei der ist jetzt erster man spielt doch ich möchte man ich bin letzter das nur weil wegen dir weil du ja gesagt hat sollte und sagst du mal ja jetzt haben die uns besiegt bitte alles klar da ist man gesperrt wir haben uns beiden nur plus zwei gegen sozialen kinder sie dürfen nicht gewinnen schlag mich nicht gleich es ist nur eine runde von drei ja gut dann starten wir halt die zweite runde aber da in sofern sind eh wieder die selben mulluchs ihr kriegt zwei eier beide ihr soll eierköpfe ich habe auch nicht viel die können mehr weil die hat man erst ein zweiter ja weil sie uns nur plus zwei gegeben haben schau wegen solchen aktion ich habe keine einzige aktionsding aus der farm wechsel ich gewinne aber ja schön dass du gewinnst ich möchte gewinnen er skippt mich schon wieder wie soll ich karten runter bringen mit diesem idioten dafür gibt es eine tomate ins gesicht und eine rose ist mir egal ja blau ist gut mann mann nur dann hat der eine vor mir alles gewächst schau es schon wieder die haben wahrscheinlich irgendeine zufallskarte ja das ist gut na 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 wer ist jetzt weiter du du minus 59 sohn nein na wer ist jetzt du criminolog So, weiter geht's. Kann man machen. Diesmal habe ich gute Karten. Ich gebe ihnen eine Tomate ins Gesicht. War das gut? Ich bin da. Also, ob ich zweimal drauflegen kann. Ich tu ihn jetzt auch skippen. Besser so. Er kriegt bloß. Warum bin ich? Nein, er hat keine. Ja, was? Alles klar. Auf einmal war nichts. Danke, dass ich wieder... Dafür gibt es eine Tomate. Kann jemand die Richtung wechseln? Ja. Bitte. Ich wechsel. Er hatte nicht Brot. Er hatte nicht Brot. Er hatte nicht... Ja. Das ist gut. Okay. Dann kann ich ihm später plus 2 und plus 4 geben. Dann werde ich stärker. noch einmal. So. So, ein Anfänger. Ah, danke. Mann, die haben gleich viel und ich habe wieder am meisten. Also, Mann, es gibt den einen. Es gibt mich. Aber was haben die Zufallskarten? Die können ja nicht die besten Karten haben. Ja. Ja. Als ob ich nie gewinne. Ach, Uno regt auf. In diesem Stück. Ich bin aber erster. Ja, ey, deshalb regt sie auf, du. Er hat... Er hat nicht Brot. Nicht Brot. Warum? Ach, gelb. Ja, zumindest. Ich habe aber keine gelbe. Ja, er hat er nicht. Kann er noch mal abheben? Ja. Kann er noch mal? Nee. Ja, ich bin zweiter. Ich bin immer von nur Kartenharten. Äh. Ja, hab ich noch nicht. Nein. 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 Ah, geil. Ja. Sag ich dir. Sag ich dir. Sag ich dir. Jawoll. Ja, ich... Ja, ich... In diesen letzten zwei Zügen. Was? Ach, diese... Aber die haben Zufallskarten. Diese haben alle. So gute. Zurück zur Lobby. Freut mich. Ja, in den nächsten... Nee, wir spielen noch. Äh. Ja, eh. Tun wir eh noch. In den nächsten Tagen, ähm, kommt dann ganz viel mit unseren Freunden. Ähm. Wir haben nämlich mindestens einen Freund, der UNO spielt. Und wir holen uns halt dann noch... Mit den gegen Jungs. Boom. Mit den gegen Jungs. Mit den gegen Jungs. Einen anderen. Oder wir holen zwei neue. Und dann gibt es einen Spaß-Room mit vier, äh, eben Schaub. Ich hab's auch. Ich hab fast nur rot. Das ist besser, weil... So haben die alle Zufallskartendaten eigentlich keine Chance gegen Bootsen. Alter, wir haben die Krauschenkarten. Danke fürs Skippen. 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 Aber man kann doch auch... Dafür kriegt sie eine plus zwei. Man kann doch auch beim... Ich hab keine Karte. Was hast du... Ich hab nur rot, halt. Sie skippt nicht, diese Asoziale. Dann lässt du sie spielen. Mann, ich hätt' ihr bloß vier geben können. Du musst die Richtung wieder wechseln. Kann ich nicht. Mann! Wer hat sowas? Nee, 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 nee. Alles ob? Wir dürfen nie rot jetzt haben. Obwohl ich hab nur rot. Ich hab nur rot. Nicht wir. Geh mir hier gelb. Nein. Bitte. Alles klar. Kann sie mal irgendwas sehen, dass ich was spielen kann? Ja. Ich bin letzter wegen meiner plus vier, weil ich sie mir selbst gekämmen hab. Ich find' diese Regel doof mit diesem... Mann, ich hätt' was nur ab. Der Tanzbär. Der Tanzbär kann's halt nicht. Oh. Sie kriegt nur plus zwei Mal. Und du musst sie jetzt skippen. Super. Super. Ich hab halt nur rot. Danke. Dass ich... Warum gibt die mir die zwei? Sie kann sie jedem asozialen anderen Kind geben. Aber sie gibt sie mir. So asozial. Deswegen gibt's nicht... Ihr kriegt beide mal ein... Eine... Eine... Eine Tomate. Und noch eine. Wiedersehen. Ich möchte euch nicht sehen. In diesem... Alles klar. Die hat nicht rot. Doch, die hat rot. Doch, die hat rot. Die hat rot. Die hat rot. Die hat rot. Also nö. Sie hat... Ja, wenn sie auf grün wechselt, sie hat grün, sonst würde sie nicht auf grün wechseln. Ja. So asozial. Eine Runde. Komm, eine. Warum verkacken wir so? Genau. Stub auf den Grün. So. Dann ist das auch die letzte Folge. Folge, gell? Äh, Runde. Genau. Sprachenlernen. Sprachenbabel. Sprachenlernen. Gib mir ein Like auf YouTube, Junge. Ich hab die Uhr schlecht gekauft. Danke. Danke. Ja, ja, ja. Immer. Immer. Ich habe... Warum wähl ich's dann aus? Ich find diese Regel so doof. Ich möcht nicht mit der Regel. Spiele so geschissen. Danke. Danke, dass ich gar nicht spielen kann. Ich würde... Ich würde... Leute, ihr seid so asozialiert. Ihr spielt alles runter. Nein. Und ich krieg's nochmal. Ich krieg's natürlich noch mal. nochmal. Alles klar. Ich bin aber der... Der rasiert. Ich krieg's doch auch mal. Ah! Alter, was hat der für Karten? Ja, danke. Gut. Ah. Ja, endlich kann er mal normal spielen. Endlich mal. Ich habe alle Farben. Alle Farben. Plus vier. Gib sie ihm. Ich geb sie ihm. Bitte sag nein. Jawoll. Endlich. Gib. Danke. Binnings gewinnt dann unser Team. Ja. Und dir geb ich auch noch ein A. Das hab ich nur für dich gemacht, dass wir gewinnen. Danke. Boom. Erster Sieg für Vena. Let's play. Ui. Erster Win. Nein, danke. Ui. Oh, ganz krass. Ja. So. So. Dann gehen wir. So. Jetzt würde ich aber auch schon sagen, was das mit der ersten Frage ist. Jetzt würde ich aber auch schon sagen, was das mit der ersten Frage ist. Folge von UNO. Wenn ihr Bock auf mehr habt und mit mehr Leuten, dann lasst auf alle Fälle ein Like da. Schreibt eure Meinung zu diesem Spiel und zu unserem Spielverhalten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.